Musik Ich solche Typen hasse, ey, ganz ehrlich So, natürlich haben wir hier noch keinen Strom Lars, bitte kicken, diesen, danke Dankeschön Lager, haben wir gesagt Ach, dein Internet, ja So, jetzt haben wir den hier dran Schwupp Das können wir vielleicht Wirklich nehmen als Zwischenlage, aber ob denn Ein Container verpackt wird, ich weiß es nicht Weil ich wüsste jetzt nicht, wie Wie gesagt, ich hab das Problem mit den Containern Ich weiß nicht, wo wir die herkriegen Das ist das große Problem, wir testen es Einfach mal aus Wir testen es aus, so, scheißegal Mach das mal weg Also brauchen jetzt hier Leute Brauchen da hinten Leute Dann würde die Produktion anlaufen Dann könnten wir das eventuell mit einer Straße Wegführen, wie gesagt, das ist jetzt mal ein Test Ähm, wir werden das gleich nochmal richtig machen Na super Na egal, können wir das auch in die Richtung machen Ob wir das hier irgendwie wegtransportieren könnten Ähm Weil ich sehe hier auch irgendwie Überhaupt nicht Eine Containerlagerstätte oder sowas Weißt du, irgendwie Boxit-Uranerz Pumphafen Hafen für Container und Fahrzeuge Für Container und Fahrzeuge Ja, ein Hafen Frachthafen Find ich geil Genau, kratz, kratz, kratz Genau Ja, es ist Ne Ich weiß nicht so ganz mehr genau, wie es funktioniert Das ist das Problem Hat der gute Äh, äh, äh Ebbes mich mal, ähm Ja Knallhart erwischt, ne Aber das ist okay Ähm Die Herren Doktoren in der Allgemeinmedizin Ja Ähm Maschinenbauindustrie Warte mal Lager für Fahrzeuge Fahrzeuge, Autohändler Schiffswerft Ne, das ist es auch nicht Kleider Holz Sägewerk Ich guck jetzt grad echt Rohstofflager Ja, das ist das Zugrohstoffe Beladen Trocken B Trockenlagerung Das ist echt ein bisschen Tricky Im Warenhaus wird's definitiv nicht sein So So, von da gehst du dann drauf Auf die Uranumwandlungsanlage Die wäre ja auch theoretisch Wenn das hier durchgeschleust wird Auch direkt da rangehen würde, ne Uranerz geht Auf das Der produziert dann Dieses U96 Was eventuell hier durchgeschleust wird Was gut wäre Was ich aber nicht so ganz glaube Und dann müsste man die Kernbrennstoffe hier Uranumwandlungs Dann müsste die Kernbrennstoffanlage Hier ran Da würde ich ja auch gern Noch ein Lager packen Aber da wird da nichts Doch Kernbrennstoffe Können wir glaube ich lagern Wir machen einfach mal ein bisschen Ich will mal testen Das muss jetzt getestet werden Warum wird das jetzt nicht gebaut hier Mein Gott Wird so gebaut werden Kostet uns nur ein paar Millionen Rubel Aber ist egal Die haben wir ja So Wie gesagt Lass mal anbauen Ich muss halt wissen Ob es hier zwischengelagert wird Oder ob ich es direkt anklemmen muss Ich würde es halt wie gesagt Gerne zwischenlagern Zum Abtransport Aber Man weiß ja nie Erinnert an Steam Hospital Okay Markiere doch alles auf einmal Und baue dann mit der Währung Meinst du damit? Wahrscheinlich ja Ne? Wisse Nutze ich eigentlich auch nicht So Ich mach mal schneller Damit das hier schneller geht Dauert Ne? Okay Ne Mit Klon? Klon ist ja nur zum Kopieren Weil normal ziehen kann ich es nicht Oder wie meinst du das jetzt? Neben Auto mit Rubel Dollar ist doch dahinter noch ein Symbol Mit dem Batch Auto Ah okay Alles klar Das meinst du ne? Dieses Batch Dings Das meinst du wahrscheinlich So Das ist Das läuft So jetzt die Frage Jetzt brauchen wir natürlich auch noch mal ein paar Leute Die das Ganze hier befeuern Und wir brauchen auch irgendwie Strom Wir brauchen Strom Um das Kraftwerk an den Dings ranzubekommen Ist geil ne? Wie weit hast du denn? Reichweite nur gar nichts Jetzt wird es dunkel Momentchen Warten Moment Oh neuer Bagger ist da Sehr geil Apropos Bagger Äh brauchen wir nicht Jetzt kriegt der doch wieder hier so ne Sinnquise Wenn er nicht angeschlossen ist So So den schließen wir mal an Ähm Wie gesagt Wir werden es nur mal wegreißen müssen So oder so Ähm Ne nicht mit Dollar Mit Rubel Ja Elektrizitätsproblem Du kannst mich mal am Popo lecken Ähm So Strom Ja Ich hab's auch sinnvoll hier gebaut Ganz ehrlich Ed hat wieder sinnvoll gebaut Aber wir werden hier sowieso einen Hafen hinbauen müssen Denn Ich werd wahrscheinlich von da drüben was heranholen müssen Ähm So ich mach das jetzt mal auf die Schnelle Einfach nur mal um zu gucken Sonst mosern die doch wieder rum Dass sie nicht angeschlossen sind Wir machen das gleich hübsch Ich will es nur mal testen So okay Also Wir könnten jetzt mal ganz hardcore sein Ähm Uran 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 Umwandlungs Herstellung von Kernbrennstoffen Und dann müssen wir ja auch noch das Kraftwerk bauen Fällt mir grad mal so ein Das bräuchten wir ja auch Das Kraftwerk will ja versorgt werden So Kernkraft Boah 9000 Ist nicht schlecht Wir brauchen nur Kernbrennstoffe Mit zwei Reaktoren Wir brauchen nur Kernbrennstoffe Alter ist das ein riesen Apparello Ist das ein riesen Apparello Alter Falter Kostet aber nur eine Million Also das geht eigentlich Man muss ja eigentlich die Kernbrennstoffe auch dahin fahren können Das heißt man muss die doch irgendwo auch lagern können Das gibt es doch gar nicht So okay Das heißt wir brauchen da hinten irgendwelche Freiwilligen die da arbeiten Das Uranerz abbauen Wir brauchen hier welche Wir brauchen hier vorne welche Okay alles klar Wie gesagt Zum Testen nehmen wir irgendwelche Typis Äh da hinten brauchen wir nicht ganz so Doch hier hinten brauchen wir noch ein paar Wie gesagt es muss nur schnell gehen Erstmal nur mal gucken Nur mal gucken Ja die Türme ruhig auch noch Okay ja 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 Wir bauen das mal schnell auf Damit die hier schon mal rangehen Wie gesagt das machen wir gleich noch schön Ich muss nur wissen ob die hier zwischenlagern Das ist was mich interessiert Dass die hier laufen werden Das ist mir schon klar Wenn sie denn mal hingehen würden Komm wir zwingen dich Du gehst da hin Geh arbeiten Ja da laufen sie So das heißt hier sind schon mal welche da Das ist gut Stop So du Gehst da knüppeln Das Ding läuft ja autark Das ist in Ordnung Du Gehst dort Und dort knüppeln Ich glaub dein YouTube eskaliert heute minimal Wieso was los Ähm Das ist das Okay weiter Wir bauen das Kraftwerk Dann brauchen wir die Türme auch noch Äh Wir brauchen die Türme noch Ähm Energie Ein Kühlturm Wie gesagt das ist alles Vanilla Ich seh grad den Anschluss nicht Hier hinten ist ein Anschluss Und da wäre ein Anschluss Das ist halt der Vanilla Anschluss Ich weiß gar nicht Brauchen wir einen der raus geht Und einen der reingeht Irgendwie war doch da was Ne Mini mini irre Ähm Pipelines Kühlrohr Die Analytics bei mir waren diese Woche In den letzten Abwärts schon so zwischen 10 und 9 Und jetzt machen wir Oh das ist doch cool Freut mich doch für dich So Wir warten Ich werde hier jetzt Äh Kein Kühlturm verbunden Ja okay Ist doch verbunden Es fehlt Kernbrennstoff Okay das ist in Ordnung Kein Kühlturm verbunden Ne Warte mal kurz Der zickt wieder so ein bisschen rum Also der muss dann wahrscheinlich auch noch da rein Ähm Ich glaube die brauchen einen Doppelanschluss Nicht schön aber selten Nicht alle Kühlturme sind verbunden Okay Es besteht keine Verbindung zwischen Kühlturm und dem Gebäude Ja das ist okay Alles klar Das kriegen wir Warte mal Das kriegen wir gleich Das haben wir gleich gewurschtelt Es ist jetzt ein Experiment Wir machen es wie gesagt Gleich nochmal in schön Ähm Du raus So Gucken wir mal Ob er jetzt immer noch rummeckert Na jetzt ist gut Okay Jetzt fehlt nur eins Ja immer zwei Leitungen pro Turm Dankeschön So Ihr geht aber auch bitte in die Richtung Arbeitet beim Kraftwerk So Damit wir hier Strom ranbekommen Kaufe ich jetzt Containertyp wählen Schwer strahlengeschützt Gebrauchter Kernbrennstoff Ja das muss irgendwie exportiert werden Keine Container gelagert Ja Wo kriegen wir die Container her Das ist jetzt die Sache Also Leute sind da Wir kaufen jetzt Um das mal anzuwerfen Kernbrennstoff Netter Preis übrigens Ähm So wie sieht's aus Es fehlt UFC und Chemikalien Okay Es fehlt Uranoxid Es fehlt Uranärzt und Strom Strom Okay Strom ist das Problem hier Das kriegen wir auch gewurscht Moment Ähm Da sollte ja das kleinere Problem jetzt sein So und jetzt Sollt jetzt Okay jetzt kommt hier schon mal Uranoxid Wird gebuddelt Uranärzt Ja das läuft Das ist gut Okay das haben wir Was fehlt jetzt hier Gar nichts Uranoxid 0,21 Tonnen Der Verkauf rentiert sich nicht Da du pro Tonne Nur einen Rubel bekommst Okay Ja So wie sieht's hier aus Kriegt ihr was Ne ihr kriegt noch nichts Die Frage ist Ob das hier funktioniert Ich hab da noch meine Zweifel Okay Hier fehlt's auch noch An der Verbindung So Mal gucken Ob jetzt sich hier was tut Es fehlt Uranoxid Und Chemikalien Hier Containertyp 30B Wähle Bauplan Für die Produktion Das heißt die stellen Die stellen ihre Container Selber her Okay gut zu wissen Die stellen Container Selber her Chemikalien Äh Fehlt Uranoxid Okay ich glaube Das hier funktioniert nicht Ich muss die Dinger Wirklich direkt da ran bringen Was ist denn hier jetzt Wieder los Meine Fresse Warum ist denn jetzt hier kein Saft Was ist denn jetzt hier los Weißt du wenn du einmal ein Problem hast Warum Es dauert lang bis da mal ein Was Uran rauskommt Ich frag mich warum die jetzt hier rumzicken Was ist denn hier jetzt hier schon wieder los Meine Güte Warum ist jetzt hier schon wieder Stress Alter ey Wenn mal einmal was nicht richtig funktioniert Ne Da hast du echt ein Problem Hier ist doch alles da Gebäudes ohne Strom Es fehlt Strom Wollt ihr mich verarschen Oder was Aber warum Wird mir leid Ich muss ja ganz Ganz kurz mal Intervenieren Ich muss ja gerade mal machen Ich muss ja gleich Ich muss ja leider mal ganz kurz was machen Das hilft ja nichts Ich muss das Stromkraftwerk Selber nochmal unterstützen Ist hart oder Ich muss es selber nochmal unterstützen Unglaublich Alter Walter ey Ich muss das Kraftwerk nochmal unterstützen Damit es richtig läuft Ich glaub's nicht Ja hier hinten Wartet auch alles Weil sie keinen Strom haben Weil sie sich jetzt blockieren Ist klar Ist ja logisch Kein Strom Dann geht gar nichts Alter ey Macht mich das fertig Macht mich das fertig Ach Ich kann mich an dieser Insel immer satt sehen Ich find die geil Tut mir leid So wie sieht's hier aus Kommt meine Gänge hier Was dauert denn da so lange Warum Der geht Hier ran 15-1 Ingenieure Ist das das Problem Oder Kraftstoff 0 Tonnen Warte mal kurz Das ist okay Weißt du Ich hab hier zwei Kraftwerke Und die kriegen's nicht geschissen Oder was Jetzt Jetzt geht mal wieder was Also das ist schon wieder Ganz geil Und schon wieder Alter ey Zu wenig Ingenieure Glaub ich Alter wie das hier alles blinkt ey Ja ohne Strom Ist klar Ah ihr seid echte Helden Ganz ehrlich Mein Gott Ähm Ich muss mal warten Ich muss mal ganz kurz hier weitermachen Das hilft grad nix Das müssen wir jetzt grad mal schnell fixen Irgendwie Ähm Die haben 95 Und wir brauchen hier Die sind das Problem Keine Ingenieure Quatsch Quatsch doch nicht das man Nur weil es nicht das Den will ich kopiert haben Oh ey Kopier das Gebäude Nicht den Fußweg Na schön Ach ja Das Spiel ist so geil Was ist das für eins Das ist Das ist Robber Whatever Das ist ne wirklich gute Idee Das ist eine hervorragende Idee Finde ich richtig gut So okay Komm Bauen So zack Und jetzt holen wir uns hier erstmal Äh Ingies Und du kommst Nicht da hinten hin Das ist schlecht Theoretisch Bräuchten wir doch nur Einen Weg Darüber ziehen So Jetzt müsstest du noch da hinkommen Ja jetzt kommst du auch da hin Okay perfekt Also ihr Leute Ihr habt nur einen Job Ihr kümmert euch darum Und darum Mehr nicht Geht Lauft 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 Wie der Wind Lauft wie der Wind Lauft in das Kraftwerk Mehr Ingenieure Hier muss mehr Power drauf Mehr Ingenieure Ja jetzt kommt Leistung Siehst du Kaum sind Ingenieure Da geht's los Sollte unser Problem erstmal kurzfristig beheben So Was ist eigentlich mit dir hier Du tankst Treibstoff wie so ein Beklopter Das bringt 3 Millionen 4,9 Das bringt über 5 Millionen Rubel Alter Und hier ist Schiffsstau Hammerhart Okay Ähm Also Du produzierst ja eigentlich Uranerz Freiraumspeicher Uranoxid Ähm Moment Liquid Container Ich will einen Test machen Uranoxid Ähm Mal ganz kurz geschaut Warte mal Ähm Müsste geschlossener LKW sein Oder nee Warte mal Das war glaube ich ein offener Ähm Mit Offener Uranoxid Der kann Uranoxid transportieren Das heißt Es kann transportiert werden 2 Tonnen 4,5 Tonnen 30 Tonnen So Ich nehme mich mal ganz kurz Und du Gehst mal dorthin Belädst Uranoxid Und du gehst dahin Und Entlädst Uranoxid Ich will mal gucken Ob das klappt Ob der jetzt irgendwas auflädt Jetzt würde mich mal interessieren Ob das klappt Okay Das klappt nicht Das geht nicht Okay Alles klar Also das Ding hier scheint mir momentan echt witzlos zu sein Ähm Fahr da hin Ed Manchmal bist du echt Unkonzentriert Ähm Aufnahme Und das sollte Eigentlich funktionieren So Du Da Und dann musst du das Da hinbringen Feuer frei So Vorher muss ich noch schnell Eine Tanke hier hinbauen Und dann wird der Probleme kriegen So Jetzt schauen wir mal Wenn der das da auflädt Ähm Werden wir es direkt da anklemmen müssen Der muss das dann irgendwie Managen Der macht 8,1 Tonne Und du brauchst Zwei Tonnen Das heißt der könnte theoretisch Vier von den Dingern Uranumwandlungsanlage Ähm Bauen In der Theorie Und der hat Nichts aufgeladen Uran Die stehen aber da Jetzt lädt er auf Guck Das geht Mal eben vollkommen ungesichert Guckt euch das mal an Das ist hart Fährt er das mal durch die Gegend Das Problem ist einfach Er hat das jetzt aufgeladen Ich will mal probieren Ob der das hier Da hinlagern kann Warte mal kurz Das ist ja nur ein Testlauf Entladen Mal gucken was er macht Ob er es da ablehnt Weil wenn er Okay Du musstest nochmal extra Zurückfahren Und nochmal was mitnehmen In Ordnung Ist okay Mach mal Fahr mal zurück Jetzt gucken wir mal Wenn er das hier ablehnt Dann geht das Wenn Nee Also das Ding Scheint Geht nicht Definitiv nicht Das heißt Die können wir eigentlich In die Tonne kloppen Das geht nicht Er lädt es dort nicht ab Definitiv nicht Frage ist Wo lädt er das ab Das ist Echt Also das Ding Können wir hier vergessen Das ist es nicht Jetzt gucken wir mal Ganz kurz Äh was machst du denn jetzt Hallo Genau Dahin sollst du fahren Dreh um Mann Du sollst das abladen Er müsste es ja abladen Tatsächlich Gut Das funktioniert Also abladen geht Und die müssten Die produzieren jetzt 0,02 Tonnen Ach du meine Güte Das müsste dann hier Weiter gereicht werden Hier Es fehlt UFC Genau Aber hier kommt noch Nichts an Normalerweise Müsste sich das doch Wegziehen Das ist echt Nicht einfach So Chemikalien Hier wird produziert Das ist okay 0,17 Tonnen Aber es muss doch hier Was rankommen Fehlt UF6 Habe ich hier Denkfehler Kann doch nicht warten Bis hier 4 Tonnen Hier mal dran sind Das gibt es doch gar nicht Ich versuche das mal zu beschleunigen Moment Ich muss mal gucken Das muss mich jetzt echt wundern Wenn das nicht geht Weil die haben beide diesen Ausgang Normalerweise muss das ja funktionieren Das ist echt Tricky Das ist echt Das ist echt Ich versuche das mal zu beschleunigen Ich versuche das mal zu beschleunigen Ich versuche das mal zu beschleunigen